Philipp begleitet mich jetzt bei einem echten wilden Roadtrip quer durch Deutschland. Teilen sich die Fische hier auf und zu mal? Jojo, springen. Wenn du Bock hast, kannst du davor angeln. Eines ist klar, ich fang auf jeden Fall größeren als Björn. Der ist da hinten schon wieder am Haten. Holy moly, guck mal die Bahnschlange an. Die stinken immer, die Asiaten. Männchen voll im Saft. Geil, oder? Ich bin doch ein bisschen sauer, muss ich jetzt sagen. Jetzt fängt er auch noch hier. Wirklich uralten, geilen Schuppi. Den hätte ich auch gerne gehabt. Wahnsinn. Geil. 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 Geil.